Kiel ist einfach so, die Infrastruktur ist auch so schön, ja. Du bist so schnell überall und dann bist du so schnell außerhalb. Dein Freizeitsweg, dein Erholungswert, der ist so hoch. Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Hotel Birke und spreche mit Jasmin Birke. Hallo Jasmin. Hallo, danke schön, dass ich hier sein darf oder dass du gekommen bist. Das ist doch klasse, oder? Jasmin, wenn ich über Kiel nachdenke, fällt mir persönlich ein Kieler Woche, fällt mir persönlich ein Ostsee, fällt mir persönlich ein Segelschiffe, also ganz viel mit Wasser. Ja, wir wissen, okay, Landeshauptstadt Schleswig-Holstein, aber viel mehr fällt mir als Westfale dazu nicht ein. Gibt es was, wo du sagst, da müssen wir mal drüber reden? Also zum Beispiel, wo für alle, die jetzt geografisch doch tatsächlich nicht auf der Höhe sind, wo ist Kiel, wo liegt Kiel? Also, für diejenigen, die das tatsächlich noch nicht kennen oder noch nicht gehört haben, Kiel liegt so circa 100 Kilometer von Hamburg entfernt, liegt direkt an der Ostsee und man hat bestimmt schon mal von diesen kleineren Städten Lübeck gehört oder Flensburg, alles Hansestädte. Hamburg natürlich als fetteste und größte Hansestadt daneben. Und was man von Kiel unbedingt wissen müsste, dass es eben direkt an der Ostsee liegt, das ist die Stadt, wo die großen Pötte in die Stadt reinfahren. Das kommt durch die Kieler Förde und viele haben bestimmt auch schon mal was von dem Nord-Ostsee-Kanal gehört, der hat auch ganz, ganz viel mit Kiel zu tun. Der liegt nämlich auch hier vor der Tür. Ja, und ich denke, das macht schon viel aus. Was ich noch besonders schön finde, ist, wenn man in Kiel ist, ist es so, du bist ganz, ganz nah an der Ostsee und du bist aber auch nur eine Stunde von der Nordsee entfernt. Das ist richtig. Hier oben einmal quer rüber, zack, ist man an einer ganz anderen Gestade und ein bisschen rauer auch, aber ist ja gut. Wunderschöner Wechsel, wenn man möchte, ja, und alles vor der Haustür. Und wenn ich bei dir bin, kann ich auch mal, wenn ich möchte, die große Zehe in die Nordsee tunkeln und anschließend wieder zurückkommen. Ja, es sind einfach wunderschöne Tagestouren, die du dann mal an die Nordsee machen kannst und hast da tatsächlich auch gleich noch Klimawechsel, würde ich sagen. Ist ja doch etwas rauer dann, ja, und anderer Jodgehalt in der Luft und ja, einfach anders. Ja, du sprichst oder wir sprechen gerade so ganz souverän über das Thema Förde. Was ist eine Förde? Also Förde wird den Kindern als Meeresarm erklärt. Und wenn du dir vorstellst, dass Kiel heißt in einer Übersetzung eben auch Keil, ja, also dass im Grunde genommen ein Wasserarm, ein Meeresarm in ein Landgebiet eindringt. Und das heißt bei euch ja mitten in die Stadt auch, ne? Ja, mitten in die Stadt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist unglaublich, ja. Du stehst in der Stadt, du stehst am Hafen und da kommen die großen Schiffe rein. Das ist für mich Förde. Okay. Gibt es hier auch sowas wie Leuchttürme? Ja, natürlich gibt es Leuchttürme da, wo Schiffe sich drauf bewegen. Also auf dem Wasser sind Leuchttürme ja eingeschaltet gewesen. So richtig schicke wie der in Westerhever? Hm, ja, finde ich schon. Und davon gibt es mehrere. Und es sind auch einige von denen zu besteigen. Also man darf hochgehen, man darf von oben runter gucken und man darf sich auch die, quasi die alte Einrichtung, die sind jetzt nicht mehr funktionstüchtig, aber man kann sich das anschauen. Ganz in der Nähe von uns, Strande, Leuchtturm, Bülk, schön anzuschauen. Steht an einer Spitze, ja, wo man auch richtig schön in die Eckern von der Bucht schon reinschauen kann. Ein unbedingt schönes Ausflugsziel. Man könnte meinen, du liebst es. Aber sei es drum, ich nehme das sogar an. Ja. Jetzt sind wir eingetaucht in die Landschaft Kiels. Bei einem Besuch der Stadt wird es schnell klar, Kiel ist, wie wir gerade festgestellt haben, eine Stadt am Wasser und lebt von und mit der Ostsee. Was ist aus deiner persönlichen Wahrnehmung landschaftlich typisch Kiel? Landschaftlich typisch ist natürlich, dass man hier von uns aus, von Kiel aus, immer ganz, ganz schnell an die Ostsee fahren kann. Ja, also wir sind drei Kilometer von Kiel entfernt und man fährt von uns aus innerhalb von 15 Minuten mit dem Auto ans Wasser. Und dieses, dass du sehr schnell am Wasser bist und dass du sehr, sehr schnell in der Natur bist, ohne irgendwie größere Hindernisse zu überwinden, ja, dass du tatsächlich länger fahren musst. Das ist für mich Kiel einfach diese, diese wunderschöne Landschaft, ja, die sich eben aus dieser Ostsee ergibt und dann auch aus einem Hinterland, was eine ganz große Endmorenenlandschaft aufweist. Das heißt, es ist gar nicht platt, wie so viele denken, ja, nicht platt, überhaupt nicht. Es ist richtig schön bewegt und eine richtig schöne, liebliche, ja, teilweise hügelige Landschaft. Okay, jetzt habe ich in der Einleitung auch mal eben so flapsig dahin gesagt, ich war noch nie dabei. Thema Kieler Woche. Einmal im Jahr. Ja. Meines Wissens nach im Sommer. Genau, im Juni ist sie. Und was sehe ich da? Ja, das ist vielerlei geworden. Also es geht ja, es ist das größte Segel-Event, was wir auf der Welt haben. Ich glaube, 1882 oder was haben die damit begonnen in Kiel, ja. Ja, genau. Und es ist einfach so, dass in dieser Zeit ja sehr, sehr viele Rennen ausgetragen werden. Also es geht tatsächlich, es ist ein ganz sportliches Motiv dahinter. Ja. Und es bringt so viel Spaß, sowohl von Land aus als auch vom Wasser aus, was man auch machen kann. Da fährt man nämlich dann auf Regatta-Begleitschiffen mit. Richtig spannende Geschichte. Regatta-Begleitschiffen, das muss man sich mal, Deutsch ist eine tolle Sprache, ja? Ja. Aber es ist eben so. Da kann man sich dann sehr, ja im Grunde genommen, du bist ja so nah dran, ja. Du kannst das so schön verfolgen, wie die Schiffe um die Wette sausen, wie die Segelschiffe um die Wette sausen. Das heißt also auch für alle, die, die mal gerne Fotoapparat bedienen oder Videos schießen wollen, von diesem Regatta-Begleitschiffen, ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, prima zu machen. Ja, wunderschön. Und spritzenden und Gischt und wie sich das... Wunderschöne Bilder, die dabei entstehen. Okay. Das ist jetzt, habe ich richtig verstanden, immer im Ende Juno. Ja, es fängt immer am 17. an. Ja. Und dann sind es, zehn Tage sind es, glaube ich. Also, ich will sagen, ganz, ganz coole Nummer, zehn Tage. Wahrscheinlich ist dann Kiel auch überlaufen, richtig? Es gab Zeiten, als es überlaufen war, das hat sich etwas gelegt, würde ich sagen, auch etwas entzerrt, weil die Kieler Woche, ja, würde man sagen, in der ganzen Stadt stattfindet. Du hast es nicht nur so, dass es am Wasser das gibt, dass da im Grunde genommen, da sind ja natürlich dann viele Buden aufgestellt, aber wir sind auch im Grunde genommen von der Förde weggegangen oder ist Kiel von der Förde weggegangen und ist auch alles das, was Stadt ausmacht, ja, gibt es auch wunderschöne Eventstätten. Ich finde es einfach so wunderschön, dass man in der Zeit auch so viel Kultur hier erfahren kann. Man muss in ganz seltenen Fällen nur einen Eintritt dafür zahlen. Du hast tolle Bands, die hier umsonst auftreten und wo du dich im Grunde genommen, ja, von Musikband zu Musikband durchschlagen kannst. Und dann ist es auch so, dass du, wenn du richtig, sagen wir mal, nur das sportliche Event willst, dann fährst du nach Schilksee raus und da sieht man, was macht dieses ganze sportliche Event so aus. Ja, jetzt haben wir gerade gelernt, gibt es seit 1882, dauert circa zehn Tage, ist im Juno. Also 17. bis 25. Wir können ja nochmal nachzählen. Okay, okay, okay. Was bietet Kiel in den weiteren Sommermonaten an Möglichkeiten, sich diese Stadt zu erobern? Also was hier finde ich besonders schön ist, ist, dass wir Fährschiffe haben, ja, die die Ost- und die Westseite verbinden. Ja. Und du kannst also ganz tolle Ausflüge machen, indem du dich auf so ein Fährschiff begegst, ja, und von hier aus, vom Kieler Hauptbahnhof, einfach zur Ostseite rüberfährst. Dann erkundest du dir zu Fuß die Ostseite, das ist auch ein Fjordweg, ein wunderschöner Fjordweg. Moment, Moment, Förde, Fjordweg, was ist ein Fjordweg? Sagen wir so, es ist ein wunderschöner Spazierweg, der dich direkt am Ende an der Ostsee entlang führt und du musst auch nicht weichen. Und es dürfen keine Autos fahren. Du bist also zu Fuß unterwegs oder mit dem Fahrrad unterwegs. Ja. Und ich sage mal, an den Stellen, wo man mit dem Fahrrad weg soll von dem Weg, ja, macht man das nicht. Man steigt ab und schiebt und schiebt sogar eventuell das Fahrrad ein bisschen durchs Wasser. So unmittelbar und nah bist du die ganze Zeit an der Ostsee. Cool. Das ist wirklich cool. Es ist einfach so, dass du damit so viel, das sind so richtig schöne Ausflüge, weißt du, du steigst auf ein Schiff, was man ja sonst nicht macht. Es bringt dich zu einer Station, wo du dann laufen oder Fahrrad fahren kannst. Dann kannst du wieder an einem anderen kleinen Ort einsteigen, weil dieses Schiff sechs oder sieben Positionen an- und abfährt, ja. Und du kannst entweder selber strecken an den Fördelwanderwegen, entlang gehen oder fahren. Oder du überquerst und fährst zur anderen Seite rüber, zur Westseite und machst das Ganze mit dem Schiff. Und dir lässt dir den Wind um die Nase wehen. Ja, es ist einfach Urlaub. Ja, es ist Urlaub, es ist Ausflug, es ist Erholung. In meiner Vorrecherche habe ich was gelesen über den Kieler Kultursommer. Ich weiß, dass dieses Jahr Carmen da war oder da ist. Wie läuft das? Bin ich dann Gast oder muss ich mich da anmelden oder ist das frei für alle? Also es sieht so aus, dass es eine Aufführung, die auf dem Rathausplatz stattfindet. Wenn du dort tatsächlich sitzen möchtest, dann ist es so, dass du Karten erstehst. Aber diese Oper wird übertragen und das heißt, du kannst aus allen Eckpunkten dieser Stadt und sogar auch drüben auf der anderen Seite, wenn du dann gerade in Labö bist und schön baden warst. Und auch da wird das übertragen und das ist einfach ein ganz großes Ereignis, dass du überall, wo du gerade bist, eine Oper sehen kannst. Hört sich cool an. Ist auch, finde ich, eine ganz großartige Idee, oder? Für diejenigen, die sonst eben nicht in die Oper gehen oder wo Familien, auch nicht die ganze Familie zusammenbekommen, um so einen Operngesuch zu gestalten. Ich gebe zu, manche Opern haben auch ihre Herausforderungen für die Ohren. Ja, 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 keine Frage. Bestimmt. Jetzt haben wir den Sommer. Was mache ich hier im Winter? Im Winter gehst du raus an die Strände. Das ist wunderschön, erfrischend, klirrend. Aber es gibt doch diesen Spruch, ne, mit dem Wetter und wie war das nochmal mit dem Anziehen? Ja, klar, es gibt nicht das falsche Wetter. Bring die Pudelmütze mit und geh an die Strände und schau einfach, ja, schau dir die Wellen an, wie die da springen, sammel Steinchen. Hühnergötter liegen hier ganz viele Hühnergötter. Das sind, bitteschön, Hühnergötter. Das sind verhältnismäßig größere Steine und die weisen ab und zu Löcher auf. Wenn du da so durchgucken kannst, dann kannst du ins Glück gucken. Dieser Stein bringt Glück. Und warum Hühnergötter? Frag mich nicht. Okay, die Frage ist gestrichen für alle, die da draußen zuhören. Wie sieht es mit diesem berühmt-berüchtigten Anbaden aus? Ja. 1. Januar oder sowas? 1. Januar, ja. Tut man sich das hier auch an? Ja. Es gibt hier tatsächlich inzwischen, das ist ja auch richtig, hat richtig Furore gemacht, ne, dieses, dass du das ganze Jahr durchbadest. Das wird hier ganz stark favorisiert. Das heißt, man badet zusammen an. Wir haben hier eine wunderschöne Badeanstalt, über 100 Jahre. Die Seebar, die liegt direkt an der Förde, direkt noch in der Stadt, ja. Und da trifft man sich dann und badet an. Nostalgisch schön. Auch in nostalgischen Badekostümen? Nein. Aber man sieht sehr oft die nostalgischen Badekappen oder irgendwelche Bützengewänder. Wobei ich mir vorstellen kann, wenn es richtig schattig ist da draußen, dann kannst du gut was auf den Ohren gebrauchen. Sehr. Sagt man doch, oder? Was sagt man immer? Die größte Wärme geht am Kopf ab, ne? Also achtet schön drauf. Wenn wir jetzt gerade beim Schwimmen sind, lass uns mal wieder an Land gehen. Man hat mir gesagt, du joggst jeden Tag? Ja, wir haben hier ein wunderschönes Gehölz hinterm Haus, wie ich das vorhin auch schon mal versucht habe zu erklären. Es ist einfach so, du überwindest so schnell. Ich muss zum Beispiel, um eine fast neun Kilometer große Runde zu gehen, muss ich zwei Straßen überwinden. Und befinde mich dann nur noch in Natur. Und das geht, wie gesagt, wir haben hier zwei Gehölze hinterm Haus, direkt wo du laufen kannst. Es sind Gehege direkt hinterm Haus mit Rundläufen und es sind alles wunderschöne Buchenhäine, die hier stehen. Buchen? Mhm. Ich dachte ausschließlich Birken. Die können wir auch aufweisen. Okay. Ich habe auch gelernt, dein Hobby ist das Gärtnern. Ja, wenn ich dazu komme. Ich finde es wunderschön. Wenn ich bei dir auf dem Grundstück bin, habe ich dort hinten gesehen ein wunderschönes Gewächshaus. Ich habe dort jede Menge Kräuter entdeckt. Ist das deins? Das ist nicht meins. Ja, wir haben zum Glück auch noch Hilfe. Das heißt, wir haben tatsächlich, das Haus ist ja sehr groß, also Riesenareal. Und wir haben auch zwei Gärtner, die das ganze Anwesen mit betreuen. Und die arbeiten mit mir zusammen in den Kräutern, an den Kräutern und versuchen auch hier alles schön herzurichten. Ja. Die Kräuter werden tatsächlich, weil das Areal, du hast das ja gesehen, ist verhältnismäßig groß, werden schön geerntet. Manchmal werden sie frisch verwendet. Dann zum Winter hin trocknen wir ein. Wie man sich das so richtig schön vorstellt. Das kann ich mir richtig schön vorstellen. Der Koch in mir jubelt gerade. Ja. Zurück mal wieder nach Kiel. Kiel, ist ja nicht ganz so weit, habe ich gelernt, Museen, Kultur? Auf jeden Fall. Also Kiel ist mit seiner Oper und auch mit seinem Theater, hat das inzwischen richtig Furore gemacht. Ja. Wir haben tatsächlich aus den anliegenden Städten, wo ich vorhin das auch schon erwähnt habe, die ja auch nicht schlecht aufgestellt sind, auch Hamburg, haben wir tatsächlich doch ab und zu auch Besucher, die am Wochenende kommen, um sich hier im Schauspielhaus irgendetwas anzuschauen, was sie wohl interessiert und wo die Inszenierung Furore macht. Karasek, also Herr Karasek leitet das Ganze und es ist sehr zu empfehlen. Für den Fall, dass ich jetzt mit Kindern kommen würde, habe ich hier das Thema Geoma-Aquarium. Ja, wir haben auch wieder an der Förde ein sehr, sehr schönes Aquarium. Daneben haben wir gleich ein Seehundbecken, da werden die Seehunde auf eine ganz possierliche Art und Weise gefüttert. Und inzwischen ist es so bekannt, dass man tatsächlich wohl auch aus anderen Städten dahin geht. Es bilden sich Riesentrauben. Es hat viel mit Gelächter zu tun und diese Tiere sind natürlich, wenn sie sich dann freuen und gefüttert werden, auch sehr, sehr possierlich. Und Clowns. Und Dabbs. Die sind richtige Spaßvögel. Ja. Machen auf jeden Fall sehr gut mit. Und das Aquarium, was sich daneben erstreckt, ich finde es so schön, weißt du, dass du keine Haie auf dich zu schwimmen hast, sondern dass es einfach beschaulich ist. Es weist eine ganz große Vielfalt an Fischen auf, die man eben auch hier in der Förde fangen kann. Man erlebt zum ersten Mal, wie wunderschön Dorsche sein können. Unglaublich. Aber auch alles andere, was dann etwas weiter entfernt ist, wird auch bespielt. Okay. Wie sieht das? Wir haben vorhin das Thema Kieler Woche gehabt. Schifffahrtsmuseum gibt es ja auch, ne? Ja, wir haben, also wir wollten ja eigentlich auch nochmal über diese Museen sprechen. Wir haben ja auch eben so einen Verband, wo sich die Museen zusammengetan haben, wo die ihre Ausstellungen auch zusammen absprechen. Wir selber zum Beispiel, ich die Leute hier in die Museen schicke, ich auf jeden Fall ins Schifffahrtsmuseum. Die Museen hier sind sehr schön anschaulich. Du kommst rein und es ist einfach so, du hast ein großes Modell, so wie Kiel früher aussah. Es ist puppig, es ist einfach schön zu betrachten, auch für Kinder. Man kann die Seefahrt gut in dem Museum erklären. Und zum Beispiel im Zoologischen Museum, was auch wunderschön ist, mit einem riesen Kuppelbau von Gropius. Also auch so, wenn du reinkommst, ja. Da ist es auch für Kinder auch wunderschön, ja. Da ist so riesen Delfin-Skelette und ein ganz großes Walskelett. Und es ist für Kinder schön gemacht, dass sie einfach entdecken können, was alles mit Kiel auch zu tun hat. Kiel und Strände, was fällt dir dazu ein? Dazu fällt mir Baden ein und nochmal Baden. Es ist einfach schön, dass du überall von den Stränden weg, dass du eben baden kannst. Und dass wir auf unserer Seite… Freier Zugang oder geregelter Zugang? Überall freier Zugang. Aber es ist natürlich so, dass es in gewissen Monaten gibt es auch diese Kurtaxe, ist das ja im Grunde genommen, was auch in den Nordseebädern erhoben wird. Das haben wir auch. Aber es gibt auch so viele Strände, wo das eben auch nicht erhoben wird, ja. Wenn du zu den Naturstränden rausgehst. Kinderstrände, Naturstrände. Genau, auf jeden Fall Kinderstrände haben wir sehr, sehr schöne. La Böe drüben auf dem Ostufer. Wir haben so viele Gäste, die auch gern zu dieser Seite dann rausfahren. Das ist ja auch, wie gesagt, nicht weit oder du kannst ja auch mit dem Schiff rüberfahren. Da ist es so, dass das Wasser sehr niedrig ist, sich dadurch eben sehr… Das hätte ich jetzt gefragt, ja. Ja, sehr schnell erwärmt und ideal ist für kleinere Kinder eben auch, ne. Das heißt, der Strand geht dann sehr, sehr flach ins Wasser. Der geht sehr flach ins Wasser und bleibt teilweise auch sehr flach. Und es wird eigentlich erst zur Fahrrinne hin etwas höher. Und Erwachsene nutzen das wirklich zum Wandern, kneipsches Wasserwandern. Du gehst vom Strand aus Richtung Fahrrinne. Dann wird natürlich kurz vorher abgestoppt, ja. Da wird das Wasser auch etwas tiefer. Aber es ist eben nicht so, dass du zum Beispiel nicht die Kinder auch damit hinnehmen kannst. Du kannst ja ein kleines Bötchen sonst noch hinter dir herziehen. Es ist einfach zu diesem Wasserwandern auch so schön. Du stehst fast vor der Fahrrinne, kannst dem Kapitän zuwinken. Traumhaftes Erlebnis, muss ich wirklich sagen. Und dieses Wasser, was sich so schön erwärmt hat und so schnell. Wassersport? Du findest hier alles, was mit Wassersport zu tun hat, ne. Also Segeln natürlich als erstes. Dann hast du natürlich das Kiten, ne. Dann hast du Wellen. Also es gibt auch Wellen, ja. Es gibt auch teilweise bewegte Momente. Ostsee-Unfälle. Ja, doch. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wird auch gerne gemacht. Aber natürlich dieses ganz normale Surfen auch, ne. Hier sind so viele Strände, die von Surfern angefahren werden. Ist auch hübsch zu sehen. Aber am schönsten eigentlich dieses Kiten, wenn du dann da die ganzen bunten Segel in der Luft hast. Das ist einfach schon herrlich, ja. Für alle, die die raue See nicht an ihre großen Zehen lassen wollen, Schwimmbäder? Gibt es auch, auf jeden Fall, ja. Das heißt, du meinst jetzt einfach so Bäder, wo du Chlorwasser hast. Ganz normale Schwimmbäder haben wir hier in der Stadt. Wir haben aber auch zum Beispiel ein Eiderbad, also wo das Schwimmbad dann tatsächlich durch den Fluss gespeist wird. Lieblingsstrand für dich persönlich? Ich glaube, ich habe das in der Art und Weise gar nicht so. Wir fahren sehr, sehr gern nach Strande. Das ist aber auch, das hat damit was zu tun, dass wir von uns aus hier in einer Viertelstunde da sind. Es ist einfach schön, weil du hast so eine schöne Mischung aus quasi angelegt, ja. Also mit einer wunderschönen Promenade, die übrigens auch tatsächlich mit Kunst ausgestattet wurde, finde ich auch ganz großartig. Guckst aufs Wasser und siehst auch noch schöne Skulpturen, die sie aufgerichtet haben. Baden, nixen, muss man sich vorstellen, drei Meter hoch, ja. Ganz schön dargestellt. Nein, also du gehst diese Promenade, man kommt an einem entzückenden kleinen Hafen vorbei und dann, wenn du dann deinen Leuchtturm hinterher erreicht hast, Bülk, danach gehst du. So schließen sich Kreise. Gehst du eine Biegung, also du gehst quasi so um eine kleine Bucht und von da aus eröffnen sich dann diese Naturstrände. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, was auch hier bei uns so schön ist, das sind tatsächlich diese Steilufer. Das heißt, du musst dir vorstellen. Ja, du gehst am Wasser entlang und entlang und entlang und kannst dir selber das ja einteilen, ja. Gehe ich eine Stunde, gehe ich zwei, gehe ich drei, so lang gehst du tatsächlich. Und dann hast du immer wieder Wege, die nach oben führen. Also parallel läuft an deiner Seite ein Steilufer und du gehst dann an den Steilufern zurück. Das ist ja wie ein schöner Rundweg. Und die Sichtweise natürlich auch nochmal von oben dann in diese Weite. Und dann siehst du da diese Stadt, wo da die Fähren rausfahren nach Norwegen, nach Schweden und du siehst die ganzen Segelboote oder du siehst auch da, kannst du schon erahnen, wie viel auch in den Kanal reingehen. Das ist ein ganz großartiger Überblick. Jetzt, wenn wir mal vom Wasser weggehen und uns über das Thema Radfahren unterhalten würden, was fällt dir dazu ein? Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass du, wenn du in Kiel Fahrrad fahren möchtest, dass du ganz, ganz schnell aus der Stadt draußen bist und dann in diese Naturschutzgebiete fahren kannst, über Dörfer, über kleine Straßen. Wir haben zum Beispiel ganz in unserer unmittelbaren Nähe dieses Naturschutzgebiet Westensee. Und es ist einfach so, dass du, es gibt ja inzwischen so viele Apps auch, mit denen du arbeiten kannst und da kannst du dir ja im Grunde genommen auch angucken, über welche Wege du geführt wirst. Und es ist einfach, wie sagt man das, schrankenlos. Also du hast ohne Schranken, du fährst in die schönsten Gebiete und du kannst es dir ja von uns auch aussuchen, ob du zum Beispiel nur Touren am Wasser machen möchtest. Ja. Du fährst von uns aus in die Stadt, also da ist wieder das Wasser, fährst zur Ostsee runter, fährst an die Kiellinie, fährst die Kiellinie entlang, dann hast du wieder eine kleine Fährverbindung, die nur Fußgänger und Fahrradfahrer mitnimmt, fährst über den angehenden Nordostseekanal rüber und alles Weitere erstreckt sich dann weiter aus, wie ich das vorhin gesagt habe, bis Schilg, Seestrande und du bist nur am Wasser. Nochmal, für alle, die da draußen eventuell mit dem Rad unterwegs sind, eher Tourenrad oder eher Mountainbike oder beides? Ich würde sagen beides. Dieses, wovon ich vorhin gesprochen habe, dass wir ja auch viele Naturschutzgebiete haben, da ist natürlich ein Fahrrad, was etwas dickere Reifen aufweist, angebrachter, als wenn du sowas ähnliches hast wie ein Rennrad. Okay. Aber auch die Rennradfahrer nutzen hier diese wenig befahrenen Nebenstrecken. Okay, bringe ich Fahrrad mit oder kriege ich das bei euch? Also viele bringen ihre Fahrräder mit, inzwischen sind das auch, also ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch normale Fahrräder in Anführungsstrichen mitbringt, das sind also E-Bikes, ja. Also ich verkaufe nicht nebenbei E-Bikes, aber die kann man wirklich empfehlen, weil wenn hier richtig Wind ist, du weißt ja, wenn du in den Bergen Fahrrad fährst und richtig viele Berge überwinden musst, ist das anstrengend. Ja, und hier ist eine steife Brise. Und hier ist das, genau, die steife Brise, richtig mit Zzt, genau. Ich finde es schöner. Ich finde es einfach schöner, wenn das mit einem E-Bike auch überwunden werden kann, sollte Wind aufkommen. Wenn ich, egal in welche Richtung, eine Richtung kriege ich Wind, manchmal sogar beide Male. Wir sind eben an der See, die darf das. Genau. Und die macht das ja auch so, dass du abends so richtig schöne, gute Wangen hast und Hunger und dass es dir gut geht. Ein Schelm, wer über Genuss bei Bösem denkt. Ja, genau. Gibt es außergewöhnliche Raderlebnisse, von denen du sagst, boah, hier maritime Radtour oder Tatortradtouren oder ähnliche Dinge? Was ich wirklich schön finde, ist, dass du hier oft diese Verbindung hast, ja, dass du hier um Seenplatten rumfahren kannst, dass du aber auch am Nord-Ostsee-Kanal fahren kannst, dass du die Seiten wechseln kannst, dadurch, dass du Fähren eben hast, ja. Du kannst dir hier im Grunde genommen so viele, so unterschiedliche Gebiete zusammenstellen. Das finde ich einfach ganz toll. Wenn ich mit meinen Kindern Fahrrad fahren möchte, wie sieht es dann aus? Wenn du mit deinen Kindern Fahrrad fahren möchtest, ist es besser, wenn man die Kinder Fahrräder mitbringt. Ja. Und wenn man dann eben sich anschaut, dass die Strecken nicht zu groß sind, damit man sie nicht verschreckt, ja, sollte Wind aufkommen, weil oft haben Kinder keine E-Bags, sondern ganz normale. Selten, ja. Also zur Zeit noch selten. Da ist aber wohl auch ein Wandel. Ich muss doch irgendwas tun, das sie müde macht. Also E-Bags machen auch müde. Da gibt es so einen Modus, auf dem du fahren kannst, ja, Eco. Also wenn du den die ganze Zeit fährst, würde ich mal sagen, ist das schon fast ähnlich wie ein normales Fahrrad. Okay, okay, okay. Mir fehlt diese Expertise. Aber mit Kindern kann man hier wunderbare Fahrradtouren machen, weil, wie gesagt, dieses Unmittelbare in der Natur, unmittelbar weg von den größeren Straßen, von Autos, einfach ein Traum. Du kannst sie einfach radeln lassen. Kriege ich bei euch so eine Art Lunchpaket für diese Touren? Auf jeden Fall. Du bekommst, so wie du dir das vorstellst, auch in Begleitung, das wird hergerichtet. Und das ist auch teilweise zu Zeiten, wo man jetzt nicht so viel Gastronomie hat auf dem Land. Das ist ja auch ein bisschen, ja, das ist ein bisschen problematischer geworden, würde ich sagen, ja. Wenn du jetzt also gerne spätherbst, zum Winter hin, dann ist das schon auch teilweise von Vorteil, wenn du dir sowas mitnimmst. Wenn wir an den kleinen weißen Ball denken, du weißt schon, die Menschen, die ihn schlacken. Ja, ich gehöre auch dazu. Nein. Ja. Oh. Kiel hat Golfplätze? Sehr schöne Golfplätze. Und alles, ich würde einfach auch mal sagen, nahebei. Nahebei? Also, naja, wenn du jetzt Stadtzentrum nimmst, nahebei, wenn du uns nimmst, nahebei, weil wir ja, wie gesagt, nicht zu weit davon entfernen sind. Also unterschiedlicher Couleur, wenn man es so sagen will. Einige, die sehr hügelig sind, andere, die sehr flach sind. Wie sagt man das unter Golfern? Ich glaube, ich kann es. Die besser zu bespielen sind, wo du dein Handicap besser verbessern kannst als auf anderen. Und wir arbeiten mit vier Golfplätzen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da bieten wir natürlich auch besondere Arrangements an. Da geht es ja um Screen-Fee, was dann reduziert wird. Und wir bieten eben auch solche, das sind ja dann Kurzreisen, wenn du an fünf Tagen vier Plätze bespielst. Das wird tatsächlich sehr, sehr gern angenommen. Wollen wir mal über die reden? Ja, gerne. Vielleicht weiß ein Golfer, der das jetzt hört. Also Altenhof, wunderschön alter Baumbestand. Kitzelberg, habe ich schon gesagt. Bisschen Bayern-ähnlich, sehr hügelig. Havikhorst auch landschaftlich, sehr, sehr schön. Und gut, Ohlenhorst, so gut zu bespielen. Also da kann ich mein Handicap verbessern. Habe ich jetzt gesagt. Darf man sowas überhaupt sagen? Ja klar, darf man das. Oh, ich weiß ja nicht. Wenn ich so ein bisschen Tagesausflüge machen möchte, nächstgrößere Städte und das Umland erkunden, was wäre deine Empfehlung? Wir von uns aus, wir liegen nur 20 Minuten von Eckernförde entfernt. Ja. Eine puppige, süße, kleine Stadt, auch direkt am Meer gelegen. Überraschung, ja. Ja, Überraschung. Und auch vor allen Dingen so mit Kindern so schön, ne? Die haben eine richtige tolle Bonbonerie, die im Hafen liegt und da können die Kinder mitmachen, zugucken. Schön. Und wir haben schöne Spielplätze gebaut dort. Dann haben sie ein traumhaftes Wellenbad, wo du einfach mit Riesenrutsche runtergleitest. Und das mögen Kinder ja auch ganz gerne, wenn sie teilweise auch so ein bisschen geschützt sind, ja. Und dann, das empfehlen wir auch gern, obwohl wir ja selber auch ein Unschwimmbad haben, aber das mit diesen Wellen, das ist natürlich was Besonderes, ja. Ja, und dann haben wir natürlich Lübeck, sehr geschichtsträchtig, auch unmittelbar in der Nähe. Flensburg wird auch gern besucht. Dann haben wir diese ganze Lübecker Bucht, ja, was man sich von uns aus natürlich auch schön anschauen kann. Sehr wahrscheinlich Timmelorfer Strand haben doch ja schon einige gehört. Denn wir empfehlen persönlich sehr gerne Plön mit dem wunderschönen Schloss und dem Schlossberg mit der Prinzeninsel sind so viele schöne Ausflüge, die du in der Schleswig-Holsteinischen Schweiz machen kannst, dass man das einfach auch gar nicht so aufzählen kann. Ja, und wenn ich jetzt, also nicht, dass ich da Erfahrungen mit hätte, aber für den Fall, also uns Männern passiert das ja auch nicht, aber für den Fall, dass ich Jagdfieber habe, heißt glaube ich so, ne, und shoppen gehen möchte. Ach, Jagdfieber sagt man dazu. Ja, Jagdfieber, ja, ich muss mich ja anschließend belohnen mit einer großen Tasse Kaffee oder ein Aperol Spritz oder sowas ähnliches. Also, wenn ich shoppen gehen möchte, Möglichkeiten? Ja, auf jeden Fall und sehr schöne Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel eine, das ist eine ausgewiesene Shoppingstraße, ja, das ist die Holtenauer Straße und ich finde das einfach so großartig, dass du ein Individualist neben dem nächsten hast. Einfach schön. Wenn jemand gerne in Ketten einkauft, haben wir auch. Wir haben die ganz normale Holstenstraße, aber was ich auch immer wieder gerne empfehle, so, wir haben so auch so eine wunderschöne Straße in der Innenstadt, das ist die Dänische Straße und da haben wir sogar ganz viele Hamburger, die da einkaufen. Die Hamburgerin in dir strahlt. Nein, es ist auch ein Herrenausstatter da, der auch so schön ist. Ich finde, es ist schon schön, oder? Wenn du in deiner Stadt eben auch sagen kannst, dass du schön einkaufen gehen kannst und man sagt doch auch, das hat schon was für sich, dass du nicht woanders hinfandst. Und dann für alle, die Outlets lieben, haben wir natürlich in Neumünster noch ein schönes Outlet. Also wir sind hier, würde ich sagen, total bedient und was sagt man denn immer, aber das sagt man ja nur über Frauen, dass sie die Kreditkarten glühen lassen. Das habe ich noch nie erlebt. Ach so. Das kenne ich überhaupt nicht. Ja, wunderbar. Ich auch nicht. Wo wir doch in der Innenstadt sind und beim Shoppen. Ein Thema, was ich glaube, ganz viele nicht wissen. Kiel hat einen sehr, sehr schönen Weihnachtsmarkt. Ja. Ist dem so? Das ist so. Der war nicht immer schön, aber jetzt ist er wirklich wunderschön. Es ist so, dass es sind unterschiedliche Weihnachtsmarktstätten, die du quasi, wenn du so willst, auch in einer Art Rundgang erfahren kannst und da ist schon, da herrscht schon eine große Gemütlichkeit vor und das finde ich eben das Besondere auch an Weihnachtsmärkten. Und was ich auch so schön finde, ist, dass eben wir bieten im Winter Schlittschuhlaufen an und diese Schlittschuhbranden liegt direkt an der Förde. Ja, und wenn du sagst, ich möchte so einen Bummel machen in der Stadt zur Weihnachtszeit, dann kannst du das eben auch so schön mit Kindern verbinden, oder? Du gehst auf diese gemütlichen Weihnachtsmärkte und dann sagst du, wir können aber auch nochmal Schlittschuhlaufen gehen und wenn ihr denn Schlittschuh lauft, dann könnt ihr auch noch Schiffe dabei sehen, weil das eben unmittelbar an der Förde liegt. Ja, es hat was. Es ist einfach gemütlich. Man könnte sagen, du schaffst es, dass man sich auch mit den Ohren in diese Stadt verliebt. Also wenn das so ist. Es ist einfach so, dass ich schon überwältigt bin auch. Ich meine, das hat jetzt vielleicht weniger mit Urlaub zu tun, aber Kiel ist einfach so, die Infrastruktur ist auch so schön. Du bist so schnell überall und dann bist du so schnell außerhalb. Dein Freizeitsweg, dein Erholungswert, der ist so hoch. Wenn ich Freunde aus Hamburg da habe und wir fahren dann mal kurz hier an den Strand und verweilen dort und essen was Schönes und gehen baden oder wir gehen spazieren in dieser rauen, etwas raueren Luft mit den Pudelmützen auf, dann sind die einfach dann sagen, das kann nicht wahr sein. Jasmin, du lebst hier jetzt echt so 20 Minuten und dann zack und so viel Erholung pur. Augen auf bei der Hausauswahl. Achso, ich dachte, du sagst uns Augen auf bei der Ehemannsauswahl. Der Koch wird ja sehr geliebt, ne? Ja, 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 ja. Einmal Versorgung pur. Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen. Liebe Jasmin, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Du hast es wirklich geschafft, auch in mir ein bisschen die Sehnsucht zu entwickeln, mehr über Kiel zu erfahren, als ich bisher weiß. Bisher kenne ich euer Haus. Ich kenne natürlich den einen oder anderen Strand. Aber so viel, was ich heute von dir gelernt habe, noch nicht. Es lohnt sich. Es lohnt sich allemal. Und wir lassen auch, auch wenn du möchtest, dich nicht, wir lassen auch unsere Gäste nicht allein. Das heißt, wenn jemand tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten hat, um sich selbst zu orientieren, helfen wir super gern dabei. Auch so, dass ich Fahrradtunen super gern begleite. Nein! Ja! Das ist natürlich total uneigennützig. Ich hätte es mir fast denken können. So bin ich. Nein, also wirklich alles, auch was die sportlichen Programme angeht. Ja, wir sind auch gerne bereit, weil es so manchmal findet, also ich habe zum Beispiel ein bisschen Schwierigkeiten mit Plänen. Ja, so dieses Ablesen. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe zum Laufen, bin ich auch gern bereit, einfach mitzulaufen oder das zu zeigen. Kann auch, wenn jemand ganz schnell läuft, einfach mit dem Fahrrad mitfahren. So, dass du einfach Hausstrecken hier für dich oder dass du deine Umgebung so schnell erkunden kannst und dich dann auch safe, sicher und geborgen fühlst. Schöne Schlusswort. Asmine, danke, dass ich hier sein durfte und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du mich interviewt hast. Also, Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr. Das war schon wieder eine Folge.